Das ist der Gedankengang, da denkt man sich so, ja man, das tweete ich jetzt, das ist ein guter Tweet. Hello, hello, hello. Superkacke. Check in it, sorry. Oh Gott, voll feinlich. Das ist witzig. Hallo. Servus. Hi. Hallo. Hi. Hi. Muss ich es wieder vorlesen? Ja. Ich bin kurz für kleine Affen. Bitte? Makaken. Okay. Makaken. Wie sehen die Affen eigentlich aus? Ja, gut. Ja, süß. Okay. Achtung, der kommt flach. Kaiser, das ist mein Humor. Kaiser will Helm, Kaiser hat Helm. Ja, okay, der ist sehr, sehr flach. Elfride und ihre zehn älteren Schwestern. Eins Riede. Zwei Riede. Drei Riede. Vier Riede. Fünf Riede. Sechs Riede. Sieben Riede. Acht Riede. Neun Riede. Und Zehn Riede. Ist das jetzt eine Matheaufgabe? Ich bin schlecht in Mathe. Check in it, sorry. Entschuldigung, kennt sich hier jemand mit Intervallfisten aus? Ich wegen der Autokorrektur aus dem Körper- und Geistforum-Flow. Ah, Intervallfisten, sehr schön. Mir wird warm. Körper- und Geistforum. Falsches Forum. Aber wieso erscheint bei Autokorrektur Fisten? Ich habe auch gerade nochmal gelesen, Intervallfisten. Oh ja, okay. Bühne nicht um einmal. Nennen Sie mir ein wichtiges Metall? Waffeleisen. Related will, muss man sagen. Ich hasse es. Ja, wenn fremde Menschen mir Ohrwürmer aufzwingen. Das ist echt die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Die Raubkatze sieht hübsch aus. In English, please. Looks good. Hä, ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Looks good. Ich lache mehr, als ich sollte. Gant-Alf. Oh nee, Alf fand ich nie lustig. Meine Oma ist Griechin. Väterlicherseits. Super kacke dumm. Müdigkeitslevel. Ich stand unter der Dusche und dachte, ach, bei dem Regen fahre ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. So geht es mir jeden Tag. Ich suche jeden Tag neue Ausreden, warum ich nicht mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Oh, das ist traurig. Oh, das hätte mir auch heute passieren können, ja auch. 90, 60, 90 oder auch am Blitzer vorbeifahren. Das passiert mir immer auf der B4. Da gibt es nämlich diese eigene Stelle, wo diese Absperrung ist. Da weiß jeder, dass da der Blitzer steht. Und alle bremsen. Und dann alle wieder auf. Ich wurde noch nie geblitzt. Also, kenne ich nicht. Ein Reiterhof mit angeschlossenen Beauty-Klinik betreiben, in den heute... Heute, Morgen, Horteninnen. Das ist wie viel. Der erste genormte Schauspieler war übrigens James Dinn. Okay, ja, oder James Dean. Siehst du, da fehlt mir, dass es nicht sich reibt. Weil wenn es sich reiben würde, dann würde es mehr Sinn ergeben, in meinen Augen. Der ist sehr gut, der ist sehr gut. Oh mein Gott, der Olivenzweig. Das ist die schlechteste Retouche, die ich jemals gesehen habe. Sind es Hausschuhe? Ist das ein Frack? Hätte ich auch machen können. St. Martin. Na, gefällt dir der... Gefällt dir mein Mantel? Teils, teils. Na ja. Ja, da muss man mit der Kirche berant sein. Hoi! Warum heißt es, ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und nicht... Frodo. Ich habe jetzt gerade diesen Sound im Wort von diesem Lord of the Weed, wo er sagt... Ach so. Ja, dann müsste doch da stehen, frohen Donnerstag. Fredolin. Nee. Wie heißt der noch? Sorry, ich mag mehr Harry Potter. Also frohen Donnerstag. Ah, gut. Wenn man davon ausgeht, dass der Typ Fredolin heißt, dann wird es ganz schwer. Fredolin. Oh Gott. Voll peinlich. Carbonara aber. Als unglaublich robuster Vogel. Der Carbonara. Der Ara, ja. Rrrrra. Oder? Der heißt auch deswegen Rra, oder? Ara. Rrrrra. 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 I don't get it. Ja, wenn jemand an Papageien denkt, denkt an Ara. Aras sind Papageien? Auf Spanisch sagt man, wenn man, wenn man einen Papagei hat, dass du sagst, äh, ähm, die Kakao, die Kakao, die Kakao, dass sie halt sprechen können und dann nach Kakao verlangen. Wenn euch das hier gerade genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann kommentiert sehr gerne, was euch daran Spaß gemacht hat, liked das Ganze oder wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Alter, es ist so heiß hier. Kurz Pause. Nee, nicht Pause, Pause, aber... Doch, Kamera läuft, Ton läuft, du kannst trinken und danach machen wir mit dem Set 1. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 10. 10. 11. 14. 14. 15.